Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Ganz genau, probier das mal. Mal gucken wie lange der Nachbar das mitmacht. Ja, kenne ich noch gut. Also der war nicht verwirrend. Man konnte es schon verstehen, aber Ne, stimmt schon. Also, der zweite Teil von Butterfly Effect war der totalen Müll. Der war so schlecht, der Film. Ich habe mich schon gefragt, warum habe ich mir das nur angetan? Zeit meines Lebens verschwindet. Anders schmeckt er ganz anders. So, jetzt weitermachen. Weißt du? Ja, ich habe die Mission fertig, damit ich den komischen Ding kriege. Da können wir gerne mal zusammen machen. Hört sich irgendwie ganz wohl an, aber okay. Und der, der so komisch schlacht, der ist der hier, der vorne sein will. Nippa und Hunter. Keine Antwort, ohne Antwort. Wir haben uns geschaut, aber die Gatewagen sind offen. All von ihnen. Wir wissen nicht, wer wird sie nutzen. Vielleicht die Elachi oder... ... 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 ... ... oder... ... ... Was ist denn jetzt mein Schiff? Was ist denn die Schiff? Als die Schiffen begannen, haben wir alle kommunikationen mit der Gaitway-Chamber gegründet. Und Angst das Schiff. Aber woher du gehst? Durch die Gaitway? Und was ist das Schiff? Ich habe nie gesehen wie es. Du hast die Schiffen gegründet? Die Elemente schief uns! Oh Gott, ey, sag bitte nicht mehr guten Abend. Da muss ich jedes Mal an dieses Video denken. Das Video ging folgendermaßen. Da saß der Kuckucksklan zusammen. Und einer nimmt die Kapuze vom Kopf. Ein schwarzer. Und da steht dann vorher so ein Text. Über 80% gehen zu den falschen Kostümfesten. Ey, ganz ehrlich, das Video fand ich lustig. Aber seitdem hat es sich im Kopf gebrannt, wenn jeder sagt, guten Abend. Ich sehe nun das Astor. Hm. Was? Wenn sie auf den Starten... Wenn sie auf den Starten... Ich muss erstmal noch mein Ding hier... äh... Oh Joshua! So nah hat man das, könnte man es sagen. So nah, das könnte jemand sagen... Das war's für heute. 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 Man, das Schiff ist voll scheiße. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.